Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Uta Ogewi und wie jeden Sonntag verleihe ich heute wieder das Utagram der Woche denjenigen Figuren des öffentlichen Lebens, die sich besonders hervorgetan haben. Die neu eingeführte Kategorie Drama Utagram verehre ich Johannes Kahrs. Johannes kann es einfach nicht mehr. Unser aller Lieblingsmuschelschubser von der roten Resterampe SPD, der es immerhin bis zum ersten Staatsexamen in Jura geschafft hat. Das zweite musste er mutmaßlich aufgrund einer Muschelvergiftung schlabbern, hat all seine Ämter niedergelegt. Ob es wohl daran gelegen haben mag, dass er beim ersten Staatsexamen etwas gemuschelschubst hat. Es gibt Gerüchte, aber wir hier in der Redaktion geben nicht viel darauf, allein schon weil die Mutmaßungen aus rechter Ecke kommen. Der offizielle Grund für seinen Abgang ist jedenfalls, dass er beim Kampf um das Amt des Wehrbeauftragten des Bundestages Eva, Alexandra, Ingrid, Irngard, Anna Högl unterlag. Die hat nämlich nicht nur mehr Namen, sondern auch beide juristischen Examiner abgelegt. Kleine Pointe am Rande, Frau Högl fegte noch einen anderen Kandidaten weg, nämlich Gerald Otten, seines Zeichens Berufsoffizier außer Dienst. Wenn Sie jetzt glauben, er wäre für das Amt besser qualifiziert gewesen, dann haben Sie in den letzten Sendungen echt nicht gut aufgepasst. Denn Qualifikation disqualifiziert, gerade wenn man wie Herr Otten von der AfD ist. Na jedenfalls schmiss Herr Kahrs alle seine Ämter hin. Twitter und Facebook-Konten inklusive. Traumschön, das ist Selbstauslöschung von seiner schönsten Seite. Nebenbei bemerkt, als Mutter und Hausfrau finde ich das Verhalten irgendwie anrührend. Es erinnert mich an Kinder im Sandkasten. Wenn Luana Marie dem Tristan Ole die Sandburg kaputt macht, stampft Tristan Ole mit dem Fuß auf und schmeißt deine nachhaltigen Bio-Dinkelkekse links drehen in den Sand. Bloß, wer macht so was, wenn schon erwachsen? Man weiß es nicht. Was man auch nicht weiß, ist, wie Kahrs gedenkt, seine Zukunft zu gestalten. Es wird gemunkelt, er wolle mit dem Spezialisten für Telefonie, dem Callcenter-Agenten und bekennenden Sozialisten Kevin Kühnert ein Telefonberatungszentrum für Bildungsabstinenzler eröffnen. Über ausreichend Expertise verfügt Herr Kahrs, wie wir seit 1992 wissen. Damals soll er angeblich verhaltensauffällig oft bei einer Parteigenossin angerufen haben, um ihr mitzuteilen, dass er sie kriegen würde, die Achtung, Buchstabierwettbewerb, S-C-H-L-A-M-P-E. Indes ist sein Geschäftsmodell noch ausbaufähig. Seinerzeit musste er auf Geheiß des Gerichts 800 Deutsche Mark. Das waren noch Zeiten, Strafezahlen für die Anrufe, die komischerweise unerwünscht waren. Glück auf, Genossen Kahrs und Kühnert. Es ist gewiss der richtige Zeitpunkt, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Die Umfragewerte eures roten Mutterschiffs sind so miserabel, dass sie schon zu schlechten Reimen inspirieren. Erwin Schotters, regelmäßiger Zuschauer dieser Sendung, hat euch ein Gedicht gewidmet. Rot lackiert und kleinkariert, in Umverteilung sehr versiert, mundverkniffen, neidzerfressen, die 5% könnt ihr vergessen. Auch Charisma und Sachverstand der Doppelspitze nicht bekannt. Drum seid ihr nun bedeutungslos der SPD-Gerechtes los. Das Uta Kremlchen der Woche, welches ich letzte Woche für Nachwuchsschausteller des Politzirkus einführte, geht an Sarah Bossetti. Frau Bossetti ist eine selbsterklärte Feministin widerwillen. Ich übersetze, sie liebt Männer, aber Männer lieben lieber andere. Ansonsten lebt sie auf ihre Kostenwerte Zuschauer, denn sie schreibt Kolumnen für den staatlichen Rotfunksender Radio 1. Unsere kleine Dampftwitterin kommentierte die Grenzschließung aufgrund von Corona wie folgt. 2015 macht die Grenzen dicht. 2016 macht die Grenzen dicht. 2017 macht die Grenzen dicht. 2018 macht die Grenzen dicht. 2019 macht die Grenzen dicht. 2020 Alter, wieso sind die Grenzen dicht? Ich will in Urlaub fahren. Eine erwachsene Frau, die keine Ahnung vom Rhein-Raus-Spiel hat, typisch Feministin. Frau Bossetti, extra für Sie, ein wenig Aufklärung. Hier das Rheinspiel. 2015 hat unsere Sonne des untergehenden Abendlandes, Frau Dr. Merkel, die Grenzen geöffnet, um Atomphysiker, Nuklearwissenschaftler und Top-Mediziner reinzulassen. Leider wurde festgestellt, dass alle minderjährig sind. Natürlich ohne das exakte Alter zu kennen, ne? Weshalb wir Deutschlands Zukunftsretter noch ein Weilchen alimentieren müssen, bis sie endlich zu Nettosteuerzahlern avancieren können. Seither zahlt die Bundbürgerrasse jedes Jahr den ein oder anderen Euro. Aber kein Problem, wir schaffen das. Das war das Reinspiel. Das Rausspiel geht so. Nicht-Bundbürger wollen in den Urlaub fahren. Zumeist handelt es sich dabei um Corona-Leugner, also neu gewonnene Anhänger einer Partei, die seit 1945 nicht mehr existiert. Ich weiß jetzt echt nicht, wo Ihr Problem ist, Frau Bossetti. Wollten Sie die nicht eh loswerden? Das wäre doch total praktisch. Alle Nazis draußen. Wobei... Wertsachen wie Gold- und Barbestände sollten die Auswanderer lieber hier lassen. Das hat sie schon einmal bewährt, nicht wahr? Nie war das nicht existente Problem des menschengemachten Klimawandels mehr von der Bedeutungslosigkeit bedroht als jetzt. Es ist lustig mit anzusehen, wie die Anhänger der Grünen Khmer verzweifelt versuchen, das Wort Corona in jeden Satz zu fummeln, um ja noch irgendwie gehört zu werden. Als zuletzt, oh Überraschung, festgestellt wurde, dass der Corona-Lockdown die Absätze in der Automobilbranche massiv einbrechen lässt, wurde heiß diskutiert, ob nun Kauf- oder Abwrackprämie die Lösung sein sollen. Das ist die Gelegenheit, die SPD noch ein bisschen mehr ins Abseits zu schießen, dachte sich wohl Bundesumweltministerin Svenja Schulze von den Spezialdemokraten. Sie sagte, wenn es eine Förderung aus Steuermitteln braucht, dann muss sie wirtschaftlich vernünftig sein und Fahrzeuge mit sauberen Antrieben wie E-Autos voranbringen. Klar, E-Autos sind jetzt echt total wichtig. Die koboldbetriebenen Gefährte, mit denen man es nur mit Glück von Köln nach Düsseldorf schafft, allerdings nicht im Winter, sind nämlich bloß etwas für Besserverdiener mit dem nötigen Extragroschen. Bravo, Genossin Schulze von der Arbeiterpartei. Sie wissen, wo Ihre Wählerstimmen herkommen, nämlich von den Hartarbeitenden, denen es egal sein kann, dass Deutschland das Land mit den höchsten Strompreisen innerhalb Europas ist. Ihre fromme Forderung nach mehr Elektroautos ist außerdem einem echten, intrinsischen Interesse geschuldet. Ihre Wahrhaftigkeit ist wahrhaftig bewegend, denn der größte Teil des Strompreises geht an den Fiskus, also sie und ihresgleichen. Hiermit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuschauer, und hoffe, Sie nächsten Sonntag wieder beim Utagram der Woche begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie mir gewogen.